In einer modernen Arbeitswelt, die von Transparenz und einem wachsenden Fokus auf Werte geprägt ist, gewinnen ESG-Kriterien, also Environmental Social Governance, für Unternehmen zunehmend an strategischer Bedeutung. Neben Investoren und Kunden interessieren sich auch Top-Talente für die Nachhaltigkeitspraktiken und ethischen Werte eines Unternehmens. Insbesondere jüngere Generationen möchten für Unternehmen arbeiten, die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernehmen. Eine klar formulierte ESG-Strategie kann daher nicht nur helfen, Talente zu gewinnen, sondern auch, sie langfristig zu binden. ESG und Mitarbeiterzufriedenheit. Ein Blick auf die Zahlen. Zahlreiche Studien zeigen, wie stark ESG-Initiativen die Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeitenden beeinflussen. Eine Untersuchung von McKinsey zeigt, dass Unternehmen mit definierten ESG-Zielen ihre Fluktuationsrate um bis zu 50 Prozent senken können. Mitarbeitende, die das Gefühl haben, dass ihr Arbeitgeber aktiv zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beiträgt, zeigen mehr Motivation und Loyalität. Tatsächlich kann die Zufriedenheit der Mitarbeitenden um bis zu 25 Prozent steigen, wenn sie wissen, dass ihr Arbeitgeber ethische Werte und Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Eine Studie des Harvard Business Review bestätigt, dass Unternehmen mit einer ausgeprägten ESG-Kultur eine dreieinhalbmal höhere Wahrscheinlichkeit haben, als wünschenswerter Arbeitsplatz bewertet zu werden. Diese positive Wahrnehmung führt zu höherer Loyalität und einem stärkeren Zugehörigkeitsgefühl. Auch die Fluktuationsraten werden durch klare ESG-Strategien erheblich reduziert. Unternehmen, die ESG-Ziele klar definieren und transparent kommunizieren, verzeichnen Fluktuationsraten, die bis zu 30 Prozent niedriger sind als bei Unternehmen ohne entsprechende Maßnahmen. Nachhaltigkeit als treibende Kraft für eine positive Unternehmenskultur Die Umsetzung von ESG-Maßnahmen wirkt sich nicht nur auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus, sondern stärkt auch die Unternehmenskultur. Transparente Kommunikation über Fortschritte und Herausforderungen schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Programme zur Inklusion und sozialen Verantwortung sorgen dafür, dass Mitarbeitende das Gefühl haben, Teil eines Teams zu sein und wertgeschätzt zu werden. Studien zeigen, dass Mitarbeitende, die sich mit den Werten ihres Unternehmens identifizieren, sich um bis zu 20 Prozent innovativer und kreativer zeigen. Wie ESG die Arbeitgebermarke stärkt Best Practices Um ESG-Strategien erfolgreich zu implementieren, können Unternehmen auf einige bewährte Best Practices zurückgreifen. Eindeutige und messbare ESG-Ziele setzen. Ein klares ESG-Framework mit spezifischen und messbaren Zielen ist wichtig, um Vertrauen zu schaffen und glaubwürdig zu bleiben. Unilever ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das durch nachhaltige Materialbeschaffung sowohl die Markenwahrnehmung als auch die Mitarbeiterbindung stärken konnte. Mitarbeiter in ESG-Initiativen einbinden Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden aktiv in ESG-Projekte involvieren, stärken das Zugehörigkeitsgefühl und fördern die Identifikation mit den Unternehmenswerten. Patagonia bietet zum Beispiel die Möglichkeit, an Umweltprojekten und sozialen Initiativen mitzuwirken, was die Verbundenheit der Mitarbeitenden stärkt und die Arbeitgebermarke positiv beeinflusst. Transparente Kommunikation und regelmäßiges ESG-Reporting, Transparenz ist entscheidend für Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Unternehmen, die ihre ESG-Fortschritte und Herausforderungen regelmäßig sowohl intern als auch extern kommunizieren, stärken die Glaubwürdigkeit und erhöhen das Vertrauen der Mitarbeitenden. Regelmäßige ESG-Berichte machen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen nachvollziehbar und fördern das Engagement. Gezielte Schulungen und Weiterbildungen Ein tieferes Verständnis für ESG-Themen bei den Mitarbeitenden sorgt dafür, dass ESG-Werte auch im Alltag gelebt werden. Unternehmen wie Siemens bieten ESG-Schulungen an, die den Mitarbeitenden zeigen, wie sie die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens aktiv unterstützen können. Der Einfluss von ESG auf langfristige Mitarbeitermotivation und Innovationskraft Mitarbeitende, die aktiv an ESG-Initiativen beteiligt sind, zeigen eine um bis zu 30 Prozent höhere Arbeitsmotivation und 20 Prozent mehr Innovationskraft. Dies ist besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Faktor, um die besten Talente langfristig zu binden. Die Beteiligung an ESG-Initiativen fördert die Identifikation mit dem Unternehmen und schafft eine Unternehmenskultur, in der Mitarbeitende stolz darauf sind, ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Je stärker ESG in die Unternehmenskultur integriert ist, desto attraktiver wird das Unternehmen für zukünftige Bewerbende. Möchten Sie ESG zu einem festen Bestandteil Ihrer Unternehmenskultur machen und dadurch die besten Talente gewinnen und langfristig binden? In unserem spezialisierten Training bieten wir praxisorientierte Strategien zur Integration von ESG-Kriterien, die Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber positionieren. Starten Sie jetzt in eine nachhaltige Zukunft und machen Sie ESG zu einem zentralen Bestandteil Ihrer Unternehmens-DNA.